Artenvielfalt Artenvielfalt ist unsere Lebensgrundlage. Ihr Schutz, unsere Aufgabe. Um dem ungebrochenen Rückgang der Arten zu begegnen und geschädigte Ökosysteme wiederherzustellen, ist naturnahe Begrünung mit gebiets-eigenem Saatgut ein Muss. Denn Pflanzen sind durch den Evolutionsprozess an Klima und Boden angepasst. Wildbienen und Co. können nur wenige Pflanzengattungen bestäuben und sind auf diese angewiesen. Fehlen diese Arten, fehlen auch die entsprechenden Insekten. Helfen Sie mit, durch Ihre Ansaat zum Erhalt der Bestäuberleistung von Insekten und damit auch zur Ernährungssicherung des Menschen beizutragen. Die Arten, 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 die Arten und die Arten, 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 die Arten